Und damit seid gegrüßt mit dem Zwerge, Gnome Hobbits und Eglanum zu einem neuen Part Sims 3 mit dem Zwergfürst. Ich zerstreite mich da gerade mit irgendjemandem auf der Straße und bin verliebt. Ja, im letzten Part haben sich Zwerge und die liebe, wie hieß sie noch gleich, verlobt. Okay, Moment, 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 was machten sie, was machten sie dort, macht sie, wer ist denn das dort? Hat sie gerade, hat sie gerade mit einem, mit einem Boy auf der Straße? Okay, bei ihr? Okay, sie macht sich was zu essen? Ne, sie macht sich nichts zu essen, sie spielt ab. Alles klar. Aber wer war der Junge dort? Wer war der junge Mann? Wer war das? Doch, darf man das wissen. Und was mache ich dort? Zähneputzen oder was? Okay. Geh doch mal zu Lili, fragst du mal, was hier los war. Geh doch mal dahin, sie ist im Schlafgemach. Deine Freundin. Geh doch mal ein bisschen. Okay. Ein bisschen freundlich sein, ein bisschen herumblödeln. Ein bisschen Witze erzählen. Ein bisschen freundschaft, zweiter knüpfen. Das agieren eher Fragen, zum Beispiel. Der hat wohl einen Witz gemacht. Da hat jemand geklingelt. Hab da doch geguckt. Man hört das immer nur so leise. Ich glaube im letzten Part hat es auch schon mal einige Male geklingelt, aber da tut man sehr schwach. Oh, die reißen hier ordentlich Witze. Oh, jetzt wird es romantisch, oder was? Hübsch, hübsch. Da freue ich mich doch immer drüber. Dass es ein bisschen romantischer werden kann. Ich würde ja hier was erreichen in Sims. Und würde ja die Beziehung voranbringen. Oh, eine Rose. Von der Rose reden. Okay. Flirten, oder was? Oh, jetzt gibt es eine Massage. Oh, denk ich nicht. Hoffentlich auf Gegenseitigkeit beruhend. Genau. Na, was macht sie? Oh, sie schmeißt sich an ihn ran. Küss. Küsschen. Ein schüchterner Kuss war's. Was denn? Möchte ich die Zähne putzen und ich stehe im Weg auch. Na, na, ist die Romantik auch schon wieder vorbei. Ja, tut mir leid. Ich gehe ja schon. Okay, wo geht er hin? Ins Wohnzimmer, oder was? Hey, da ist doch der. Da ist doch der Junge. Da ist doch der Mann, der Typ. Was hast du hier? Hast du vorhin? Ich habe dich doch vorhin mit meiner Frau gesehen. Ich bin verlobt. Gehe hier nicht fremd. Achso, das muss ich von zu meiner Frau sagen. Zu meiner zukünftigen Frau. Gehe hier nicht fremd. Und du, lass meine Frau in Ruhe. Ja, jetzt kannst dich hier mal was sagen. Kannst du hier mal was sagen? Okay, seit wann ist da eine Tür? Moment, da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Ja, die habe ich gebaut, aber. Hm, was ist das? Eine Tür. Dann blockiert es die Tür? Okay. Ah, er geht da rein. Okay, und er ist drin. Was macht er da? Okay. Zwei geht erstmal schlafen. Achja, wieder der Kissenbapp. Und Lilly macht Musik. Ich höre sich beschweren dort. Okay. Er steht da hinten. Okay, was läuft bei ihm? Er hat Hunger. Wo steht denn der? Okay. Liege doch mal dahin. Vielleicht guckst du mal, was da los ist. Okay. Die geht einmal ums Haus. Es ist scheinbar schon Nacht. Ja, es ist schon 21.50 Uhr. Was läuft? Die Flägel schläft scheinbar schon. Okay. Einmal um alle vier Ecken. Okay. Was zum. Eine Wand. Ja, gut. Dann läuft es noch einmal ums Eck. Die geht dann schlafen. Okay. Okay. Der ist am Hinterhof gefangen. Ne, ist klar. Okay. Jetzt werde ich es wieder aufgewacht. Aufgewacht um sie anzuschauen. Okay. Jetzt geht aus dem Haus. Ein mysteriöses passiert hier. Das ist nachts. Oh, da ist doch der. Da ist der. Der ist da rausgekommen. Okay. Was macht das Zwergi dort hinten am Haus? Okay. Hier geht einmal rum. Ich tue gerade so, als würde ich es nicht wissen, was da ist, aber ich weiß es. Okay. Eine Tür. Zwergi geht rein. Okay. Und was haben wir hier? Okay. Kleines Stübchen. Ein Fernseher. Eine Toilette. Ne, ist klar. Nachtaktiver Zwergi. Erste Liebe. Und frisch verlobt. Das haben wir hier als Meldungen. Ja. Ist wohl so verliebt, dass er nachts nicht schlafen kann. So sieht es aus. Hier stinkt es in der ganzen Bude hier. Da ist irgendwas auf dem Tisch, was nicht hingehört. Da scheint man das Radio aus. Liebe. Versucht dort zu schlafen. Oha. Da sehe ich gerade. Die Spüle ist kaputt. Geh mal reparieren, Zwergi. Und Pfützen wischen. Die läuft da schon seit einer Zeit. Ja. Klatsch hin. Die Sache. Und Zwergi bleibt die ganze Nacht wach. Oha. Und irgendwas dampft dort. Die Kühlschrank dampft. Okay. Das ist auch nicht. Sieht auch nicht richtig aus. Schläfrig. Okay. Ich bin schläfrig, aber schlafe nicht. Okay. Bin nur mitten in der Nacht aufgestanden. Ach ja. Hier habe ich eben halt das. Okay. Die Zwerg repariert. Ja. Okay. Schon 0.30 Uhr. Nachts. Und der Zwergi steht da wirklich rund. Ja. Soll auch mal vorkommen. Bei mir zwar nicht wirklich, aber... Wenn der Zwergi das mag, soll er das machen. Und der Raum dort hinten. Wo wir gerade drin waren. Der graue Raum mit Billigfernseher und Toilette. Das ist wohl so ein hartes Keller oder was. Da ist der gerade reingegangen. Und war dort eingesperrt. Da putzt der Zwergi. Okay. Und der geht doch schon wieder schlafen. So. Dann schlaf mal ordentlich. So gute Nacht. Hast noch ein paar Stunden zu schlafen. Du musst um 8 auf Arbeit. Könnte hinhauen. Oh. Da steht dies. Da steht sie auf. Dies heißt nicht. Lili heißt sie. Schlafen. Geh wieder schlafen. Och. Sie kann von Liebe nicht schlafen. Es wurde Zeit, dass wir mal ein bisschen... Am Tage. Nicht in der Nacht. Mal ein bisschen... Oh. Wo geht sie hin? Moment. Wo geht sie hin? Was macht sie hier nachts hier? Was passiert denn hier alles nachts? Wenn sie alle nachts aktiv. Nachtaktive Familie. Sie duschen. Sie duscht mal bei des nachts. Ne. Ist klar. Und der Zwergi schläft. So. Alles klar. Wir müssen uns mal einfach mal am Tage ein bisschen austauschen. Ein bisschen... Die Beziehung anregen. Ein bisschen... Flirting machen. Ein bisschen... Liebe verbreiten. Sie noch beim Duschen. Mensch. Geh doch mal wieder schlafen. Mädchen. Du bist doch morgen nicht ganz frisch. Du musst doch auch mal schlafen. Du bist morgen auch wieder auf Arbeit. Na dann. Mach dich mal fertig hier. Bett fertig. Die Pfütze kannst du liegen lassen. Die trocknet schon von selbst. Hauptsache die Spür ist mal repariert. Zack. Aber ins Bettchen. Okay. Zu zweit hier mal schlafen. Ich hoffe die bleiben jetzt auch schlafen. Oha. Ohne nicht. Zumindest ein paar Stunden Schlaf hier mal bekommen. Hm. Was hat er vor? Er lässt in Ruhe schlafen. Und muss pinkeln. Lassen wir ihn mal pinkeln gehen. Dann geh doch. Muss ich dich erst anweisen dazu. Dass du pinkeln gehst. Kommst du auch allein zurecht. Erstmal Pfütze fegen. Das ist richtig. Mach aber erst mal das. Mach dann Pfütze wischen. Sonst musst du noch eine Pfütze wischen. Das Wasserzeigen wurde gefeuert. Ich wurde gefeuert. Wieso wurde ich gefeuert? Was habe ich gemacht? Bin ich zur Arbeit erschienen oder was? Oh man. Ich gehe trotzdem auf Arbeit. Okay. Stimmt es ist um 11 Uhr. Acht Uhr Arbeitsbeginn. Hab zu lange gefrühstückt. Oh. Kommt vor. Das stinkt hier. Das Essen liegen gelassen. Ich stinke. Okay. Okay. Ich bin bei Arbeit. Liddy ist auch bei Arbeit. Ist wohl mein letzter Arbeitstag wie es aussieht. Und schon 14 Uhr. Kommt er gleich wieder von der Arbeit zurück. Liddy hat die Arbeit verlassen. Hat ein bisschen Geld verdient. Dann muss ich wohl bald wieder nach einem Job suchen. Und sie sich jetzt wieder an den Clown dran macht. Genau. Sie macht sich wieder an den Clown einfach. Sie will den Clown machen. 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 Halt. Mach dich nicht aneinander ran. Da kommt Zwergen von der Arbeit zurück. Den wird es wieder freuen. Der ist einfach nur müde. Komm. Ja. Geh duschen. Geh baden. Okay. Den geht es gut. Mich würde das jucken. Der geht einfach dran vorbei. Mich würde das jucken, wenn ich mit der Freundin... Ja. Okay. Er ist verliebt. Blind vor Liebe. Ah. Sie auch irgendwie. Stimmt ja, man kann ja auch mit anderen Leuten. Man muss ja nicht gleich neidisch und eifersüchtig werden. Geh doch jetzt mal duschen, Zwerg. Du stinkst doch bis zum Himmel. Das kannst du dir doch deiner Freundin auch nicht an zumuten. Und die Toilette stinkt. Die Küche stinkt. Alles ist dreckig. Ich bin dreckig. Alter Schwede. Und dass die mich noch nicht verlassen hat. Okay, was steht hier? Betrogen. Ein Vertrauensbruch ist schwer zu verzeihen. Am besten ist es, sich mit dem anderen Sinn aufzusprechen. Okay. Leer hat mich ja scheinbar betrogen. Okay. Sprechen wir uns mal aus. Hier gibt es jetzt die Option Hochzeit absagen. Nein, komm. Nicht Hochzeit absagen, nein. Ein bisschen miteinander sprechen. Ein bisschen. Nein, die Freundschaft soll nicht zu Bruch geben. Nein, 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 nein. Romantisch. Flirten. Ein bisschen was. Macht mal ein bisschen was. In der Musik. Okay. Ist irgendwas passiert? In der Karma-Sache. Schmeicheln. Komm, mach weiter. Komm, 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 komm. Du kriegst das hin. Nicht Hochzeit absagen. Nein, 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 nein. Ja. Vorzug. Oh, da massieren sie sich schon wieder. Okay. Dann scheint das doch halbwegs wieder machbar sein. Und es fehlt natürlich immer noch das Symbol hier von dem Dolch betrogen zu sein. Doch, ihr könntet vielleicht gemeinsam mal tanzen. Das wäre mal eine Aktion. Und dann geht mal tanzen gemeinsam. Das könnte eine Sache sein. Da klingelt jemand an der Tür. Nein, gerade nicht. Na, komm. Na, komm. Mach was. Ein bisschen Freundschaft. Das sieht schon gut aus, aber... Ja. Die ist mir zu müde hier. Die pennt sich auf... Die... Die... Und 2 GG schlafen. Ich sehe es schon. Du musst... Du musst schlafen. Die geht nicht mehr ins Bett. Oh, auf Toilette muss der auch noch. Was zum Geier. Oder... Vernachlässigstil deiner körperlichen Bedürfnisse. Ja, geh erstmal ins Bett. Wieso nicht? Jetzt habe ich aufs Bett geklickt, aber... Du musst auch... Du musst doch mal Toilette... Benutzt die Toilette. Oder... Nicht ins Bett machen. Nee. Und Lilli... In derweil... Sie muss auch aufs Toilette dort. Okay, Lilli geht wohin? Auch aufs Toilette, aber in das Kabuff dort hinten. Hm, nice. Da läuft noch die Musik. Die haben wir bloß aus dem Haus nicht gehört. Ich schalte die mal aus. Okay, hier im Kabuff. Ich nenne das jetzt so freundlich, das Kabuff. Hab ich mal eingerichtet. Das ist hier so ein grau-braunes, dunkles Zimmer hier. Vielleicht sieht die uns nicht gefallen. Die können wir da rein schicken. Können wir einziehen lassen und dort verbannen. Genauso. Nicht abgekomfort von irgendwas anderes. Nein, gar nicht. Ja, okay. Zwei schläft. Nein, der schläft nicht. Hat neben das Bett gepinkelt. Wie es ausschaut. Und der stinkt. Mit dem Schraubenzieher. An Elektronik rumfuchteln. Okay. Na, soll sie sich hier keinen Stromschlag holen? Vorsichtig, Lilli. Vorsehen. Brauchte ich noch. Bitte. Sehr vorsichtig. Lass das mal lieber dort an der Technik rumzufuchteln. Mach erstmal den Stecker raus. Wie wär's denn da mit einem unisolierten Zeug hier an der Elektroleitung rumzufuchteln? Das wird doch niemals was. Nein. Sehr vorsichtig. Okay, sie hat es scheinbar geschafft. Jetzt repariert. Sieht repariert aus. Okay. Zwergi steht wieder auf. Sie geht schlafen. Zwergi steht auf. Alles klar. Okay. Die scheinen sich irgendwie noch zu lieben. Auch wenn Zwergi irgendwie betrogen wurde. Denen scheint es einigermaßen gut zu gehen. Ein bisschen chaotisch heute hier. Der Part. Aber muss auch mal sein. Sie steht in der Pfütze. Ja, okay. Nicht ganz ordentlich der Haushalt hier. Aber ist halt so. Azubi, Studentenwohnung. So schaut das aus. Sie will auch duschen oder was? Ja, zu zweit geht das halt nicht. Wir haben halt nicht eine Zweierdusche. Ein bisschen fester sein, denke ich. Damit man zu zweit in der Dusche. Was machen kann. Ja, wie auch immer. Ich würde diesen Part mal an dieser Stelle beenden. Ich weiß nicht, wie lange der schon ist. Aber vom Gefühl her passt es. Also. Das war halt ein bisschen chaotischer Tag. So. Die Lini hat mich irgendwie betrogen. Wir lieben uns trotzdem noch. Das geht alles. Vielleicht können wir da auch weiterbauen. Das wird. Wir können die Beziehung noch weiterbauen. Das ist alles noch nicht. Alles noch nicht gesagt. Alles noch nicht geschrieben. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Zweige geht jetzt erstmal schlafen. Und ich sag euch. Tompchen nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da. Wenn ihr Nerfmann klar seid. Und ja, keinen weiteren Part mehr von Let's Stizzle Sims 3 verpassen wollt. Oder ein anderes Video nicht verpassen wollt. Habt es noch eine angenehm flüssige Zeit. Gehabt euch wohl. Auch wenn Zweige jetzt noch aufsteht. Und was haben die vor? Sich gegenseitig anhämmeln oder was? Ja. Ihr seht, denen geht es gut. Den beiden geht es in Ordnung. Ja. Haut drinne. Ciao, ciao. Ciao, ciao.